Hallo, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge League of Legends. Alleine. Mit Ping. Loy, aber richtig Ping. What the fuck? Irgendwer guckt wahrscheinlich wieder Videos. Ja, wir spielen Kragas Jungle. Und da ist... Oh Gott. Das war... Alter, war das ein super Flash. Das war ein wundervoller Flash. Okay. Gut, ja, wir haben einen Yasuo als Supporter. Ich weiß nicht, wie das werden wird. Ich hoffe mal, nicht zu schlimm. Und... Mein Ping nervt ein wenig. Aber ich bin in der Jungle, zum Glück. Also von daher... Ich meine, im Early ist es meint, wie mein Ping ist. Ist alles trash. Alles trash. Gut. Ähm, ich bin gar nicht mal so der... Überkrasse Kragas. Ich meine, ich spiele den... Zu selten eigentlich. Viel zu selten. Mal sehen, wie das so wird. Wenn man Ping noch im Late Game so normal ist, dann wäre es natürlich super. Weil dann... Ähm... Wird es definitiv besser. Aber... Aber... Naja. Gucken wir mal. Und ja, alleine, weil... Hab grad keinen, der mit mir aufnehmen will. Mäh. Forever alone und so. Und ich hoffe, ich skille auch richtig. Im Jungle. Ich skille allgemein eigentlich immer die... Oder hab immer die W hochgeskillt. Als das Jungle-Item noch, ähm... Mit... Glanz gebaut wurde. Ähm... Also, es ist lange her, dass ich gerade das gezockt hab. Ähm... Weil, ja... W plus... Halt Schien... Drop. Ne? Schönes Damage. Aber ich glaub, man skillt die Q, soweit ich weiß, hoch, oder? Ist die Q, die man hochskillt? Ich hoffe schon. Weil sonst wäre echt... Ähm... Ja... Kacke. Weil ich halt echt null Ahnung hab, was ich sonst hochskill. Zack. Okay, Chopper sieht gut aus. Bringt nichts zu ganken. Mitte könnte ich gleich ganken gehen. An sich... Ähm... Ja, Botlane. Gut, könnte ich auch machen. Aber... Ich denke jetzt... Ja, erstmal noch Raptoren machen und, ähm... Smite-Buff kriegen. Dann vielleicht noch Krabbe. Ich weiß noch nicht. Aber... Ja, erstmal Q skillen. Erst mal, um zu gucken, ob... Überhaupt... Gewordet ist bei der lieben Lux. Toplane kriegt ein Gank. Mal sehen, ob ich noch rechtzeitig herkomme. Ja, okay. Gehen wir da rauf. Okay, Chopper hat auch überlebt. Ich denke mal, der Yi will... Vielleicht will der Yi ja noch sein Dings machen. Ist hier ein Wort? Wo war ein Wort? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht will der Yi ja ja noch so greedy sein und sein Gromp machen, weil dann könnte ich ihn mir noch snacken. Nein, macht er nicht. Schade. Mache ich halt seine Wölfe. Die nicht da sind. Okay. Dann hau ich ab. Mache ich halt unsere Wölfe. Ich will nur nicht Base gehen. Ich meine 1000 Gold. Und holst du nicht echt das Live-Jungle-Item? Okay. Wie gesagt, ich... Äh... Ken Kragas lang... Äh... Ken Kragas nicht mehr wirklich. Ich hab ihn lange nicht mehr gespielt. Was ist das? Ach, das ist Frozen Heart. Stimmt, das hat eine Überarbeitung bekommen. Stimmt. Eine grafische. Zumindest. Mache ich mal unsere Wölfe. Und... Hab wieder einen Ping. Schön. Finde ich natürlich... Unglaublich geil. Mann. Das ist ein Ward. Okay. Also von der Seite schon mal nicht ganken gehen. Erstmal lieber Krabbe machen. Okay. Okay. Wie sieht's denn so aus? Ja, Brandon Kill... Oh, lol. Die Botlin hat ja richtig gerockt. Lol. Hab ich gar nicht mitbekommen. Wann haben die das denn gemacht? Let's do Dragon, würd ich sagen. Ja, ich würd ja hinkommen. Und so, aber irgendwie... Geht das mit meinem Ping nicht so. Oh mein Gott, war das eine gute Kuh von mir. Äh, eh von mir. Okay, gut. Halt aber das Kloß. Wir brauchen Dragon. Es ist doch der Bergdrache, glaube ich. Oder der Höllendrache? Ne, es ist der Höllendrache, oder? Ja, Mann. Es ist der Höllendrache. Schöne Sache. Ja, la, 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 la. Schönen Dragon. Vor allem der Höllendrache. Gerade der ist ziemlich gut. Wegen dem Extra-Damage und so. Oh, lol. Ha, la, 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 la. Ha, ja, ha. Ho, ha, ja, hu. Okay, das war close enough. Das war... Das war richtig close enough, ey. Heilige Kacke. Egal. Egal. Hat ja... Ne? Ist ja alles gut gegangen. Ähm. So. Alter Vater, ey. Das war... Ich muss ja schon sagen, ne? Also... Hui. Hab ich ein bisschen erschrocken, du. Ich hasse meinen Ping. Was ist denn los? Geh mal weg, Ping. Geh mal weg. Okay, er kommt. Er kommt. Er kommt. Zu seinem Blue Buff. Okay, gut. Stimmt. Brands neue Passive. Die ist ja auch ziemlich geil, finde ich. Dass er jetzt diesen nach drei Fähigkeiten diesen Feuerring procken lässt. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Tankiness. Ich habe PD für die Tankiness. PD ist Panzer, ne? Target Panzer. War der hier gerade etwa bei meinen Geistern? Das ist aber nicht so nett von ihm. Hast du einfach mal eine Geister snackt? Oder waren die immer noch nicht wieder auf... Nein. Die müssen... Ja, die musste sich gesnackt haben. Solange brauchen die ihn auch wieder nicht zum Wiederkommen. Äh. Hat er TP ab? Ja, er hat TP ab. Okay, das ist super. Ja, das ist super. Das kommt gut. Das... Deine Mutter. Ich habe gleich meine E-Ready. Okay, nice. Das war... Das war super. Das war super. Schöner Key für mich noch. Ich fand meine Ulti war aber auch echt gar nicht mal so scheiße gesetzt. Ich habe jetzt erwartet, dass ich die Pfeufe hau. Mega krass feile, aber... Hat er ganz gut funktioniert. Wieso ist hier ein Vision World bei uns? Stellt ihn doch bei euch hin, Leute. Ihr scheiß Gegner. Kommt ja in den Wallstein. Ist die Krabbe da? Die Krabbe müsste da sein, oder? Komm schon. Die Krabbe ist gar nicht da. Mann. Gegner Bluba vielleicht? Auch nicht. Kein Wort. Hallo, Luchs. Wie geht es dir? Okay. Warworth, würde ich sagen. Fast. Na, okay. Vielleicht war es ein bisschen doof, aber... Er hat sich Drandl gesnackt, alter. Und der Heaver gank... Und ich glaube... Was ist denn los mit den Gegnern, ey? Die konnten dir auf die Idee, so doof zu sein, ein Malfall zu diven. Naja. Was soll's. Ich kann das Butter. 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 Fuck. Ach so, Butter. Ich wollte schon sagen. Hä, Butter? Was ist denn los mit ihm? Ist der gegnerische Red Buff da? Das wäre ziemlich geil. Schade. Ach, dann gehe ich Base. Dann gehe ich Base. Underlevel bin ich auch nicht. Egal. Ich bin sogar gut dabei. Das ist schön. Das ist ein ganz geiles Game bisher. So, dann haben wir das. Vision Mode brauche ich jetzt nicht. Was hole ich mir denn als nächstes? Hole ich mir gleich einen Panzer? Ich meine, ich habe jetzt erstmal ein bisschen life. Wie wäre es erstmal mit einem Höllenzepter? Oder? Nein, ich glaube... Ja. Ja, ja, ja. Ja. Holen wir uns eine Brofest. Eine kleine süße Brofest. Ach, ja. Übrigens, ja. Es ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen. Also sowieso schon aufgefallen. Aber meine Cam ist nicht da momentan. Ähm. Beziehungsweise meine Cam ist hier nicht vorhanden in dem Video. Ähm. Ich weiß noch nicht, ob ich das bei League of Legends etc. Momentan so machen kann. Weil mein PC mal wieder ein paar mehr Spacken hat. Und, ähm. Ist ziemlich lag, wenn ich mit OBS aufnehme. OBS Studios. Und. Ja. Ich nehme jetzt gerade mal die D-X-Tory auf. Das worked ganz gut eigentlich. Und. Ja, bei D-X-Tory kann ich halt keine Cam aufnehmen, ne. Das ist das Problem. Aber. Ja. Ich könnte dann separat noch die Cam aufnehmen. Mit OBS Studios. Was dann aber wieder das Problem hat. Das ist halt total dumm, wer. Hier war ein Ward. Hier ist ein Ward. Hier ist ein Ward. Ich will den Ward noch haben. Ähm. Ja, ich könnte es auch mit einem anderen Aufnahme, Cam Aufnahme Programm aufnehmen. Aber dann ist das Problem, dass ich den Greenscreen nicht so gut hinbekomme. Und. Ja. Deswegen. Erstmal ohne Cam. Zumindest LOL. Ich weiß nicht, wie das mit den anderen Projekten aussieht. Geh mal weg. Nein. Okay, das war dumm. Ich war gerade so total Brain-Afka. Ähm. Ja. Was wollte ich denn jetzt sagen? Äh. Man merkt nicht wie Brain-Afka. Ich will mir lieber keine Ionien-Boots holen. Ich meine. Ja gut. Zehn Abgelingzeit. Es gibt mir 20. Gibt mir 10. Ich brauche keinen. Ja, brauche ich nicht. Ich will mir lieber Magic-Raisy-Boots. Ähm. Ja. Bei Stanley Parable und. Portal Stories. Dürfte ich eigentlich noch hinkriegen, eine Cam auch einzubauen. Stanley Parable auf jeden Fall. Portal Stories weiß ich noch nicht. Ja, bei Pokémon Luffy hast du ja eh keine Cam. Bei Minecraft ja auch nicht. Also von daher. Ja. Puts, Puts. Puts, Puts. Ähm. Ja, mach schnell. Ich habe da so einen Mantel. Der macht ein bisschen Schaden. Mach doch. Oh, danke. Das war close enough, ey. Ist das der Erddrache? Äh, Meeresdrache? Ja. Toll. Der braucht... Hm. Ja, der braucht kein Mensch. Ich finde den nicht so gut. Ich hätte gerade eher auf den Winddrachen gehofft, muss ich sagen. Weil den Winddrachen finde ich richtig geil. Weil ich das Laufspeed halt total feil. Äh, feil. Ich feil das Laufspeed, ja. Ich feier das Laufspeed. Ähm. Deswegen. Ich liebe diesen Laufspeed-Buff. Hier ist kein Wort. Geil. Warum auch immer. Aber okay. Was? Warte. Ne, warte mal. Also er hat gesehen, dass ich auf jeden Fall da war. Also auf dem Weg zu ihr war. Aber gut. Okay, dann. Ach. Stört mich nicht. War nur ne E. Ach ja. Ach ja. Ich meine, ich stehe 1, 1, 4. Ich kann mich nicht beschweren. Meine Stats sind voll in Ordnung. Okay. Ne, ne, ne. Dann gehe ich da doch lieber nicht hin. Ich habe den Malfight gerade gesehen. Und er ist ein bisschen low, ne? Ein bisschen. Und da wir ja nicht wollen, dass er stirbt. Ganken wir mal lieber nicht. Holen wir uns die Baraptoren und den Smite-Buff. Von denen. So können wir bester Warts clean. Juhu. Und wir gucken, ob der gegnerische Blue-Buff da ist. Wie es aussieht hat den doch. Trundle hat den, glaube ich. Und alter. Hier war ein Wart irgendwo. Shit. Alter, mein Ping schon wieder. Ist ja jetzt mal so total nicht geil irgendwie, ne? Ich hasse es, Alter. Das ist... Das ist so ätzend. Mein scheiß Internet, ey. Ich würde gerne Becherich haben, aber nein. Wir kaufen uns ja kein Besseres. Mäh. Äh, ich wollte mir ne Eis-Brow-Fist holen, ne? Genau. Dann gehe ich mal Botlane. Okay, nein. Der Jasto geht Botlane. Okay, ich geh Botlane. Okay, die Vang geht Botlane. Ich geh mir Grumbullen. Was schreiben die denn alles so? Oh, just up now. Fuck. Und Brandy Boy. Und Brandy Boy. Ne, was? Flash straight from a Blitz. Ja. Gerade von einem... Also gerade von einem Blitz wegflaschen ist echt ein bisschen hohl. So, just a little beat und so, aber... Ist die Krabbe da? Nein, ist sie nicht. Die Gegner haben auch noch keinen Turm. Und wir haben jeweils auf jeder Lane einen. Das ist ziemlich gut. Ich geh mal Mitte. Ähm. Mein Ping nervt noch ein bisschen. Nein, hier, du kommst nicht weg. Gut, den Y haben wir. Dann könnten wir... Ja, wir könnten pushen eigentlich. Das könnten wir machen. Nein. Komm. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Okay, ich... Ähm. Ich spiele scheiße. Ich spiele aber unglaublich scheiße eigentlich. Könnte auch an meinem Ping liegen. Ich nehme das gerne als Ausrede. Weil es oft halt echt... Echt am Ping liegt. Aber... Naja. Was soll's. Wir stehen ja trotzdem noch ganz gut. Aber die Vayne hat gefehlt. Ja, das hat man gemerkt. Das war das Problem. Also auch eines der Probleme. Der Yastro wurde gecatcht. Von dem Shrandle und dem Blitzcrank. Und... Ja gut. Ich mein, Lushen ist AFK. Das ist halt das Positive, ne? Der Lushen ist schon die ganze Zeit AFK. Ja, 13k live. Alter Schwede. Ich bin nur auf dem Weg. Da kommt ein Shrandle. Scheiße. Komm. Nein, meine Kuh war... Okay. Ja, gut. Scheiße. Ich wollte den Blitzcrank zurückschleudern. Ich hab nicht erwartet, dass der... Das überlebt. Ja, dass der dadurch stirbt. Direkt. Aber naja, okay. Ich stelle dich auf die Rückseite. Ich tänke das easy weg. Easy. 600 Schaden macht mein Smite. Ah, muss ich nicht mehr usen, okay. Der gegnerische Blue ist in 30 Sekunden. Ja, gut. Das ist okay. Hier ist nirgends dort. Schön. Und schmecke ich... Äh, schmecke ich... Ja, schmecke ich mir gleich ein Blubuff. Ich schmecke gleich ein Blubuff. Spürt ihr es? Schmeckt ihr es auch? Er ist so... Deliziös. Oh Gott, da kommt ein Yee. Na scheiße, er hat den Blubuff bekommen. Äh, der Yasuo ist ja da. Äh, lol, der Yasuo ist ja da. Verdammt. Ich krieg immer... ...dann ping, wenn ich fighte. Ich hab einen... Okay. Alter. 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 Nein. Alter. Okay, es liegt an meinem Ping, dass ich so schlecht spiele. Ah, und ich überschätze mein Damage. Das ist auch noch ein Problem. Äh, das ist schon scheiße. Warum kriege ich denn die ganze Zeit einen Ping? Das ist total ätzend, ey. Meine... Fresse. Äh, sie holt sich ein Dings. Wow. Nice, Wayne. Nice. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Ja, ähm, genau. Äh, es... Jetzt hab ich schon wieder keinen Ping. Äh, los, los. Leute, Leute, Leute. Drake, 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 Drake. Ist der Wasser? Ne, der Winddrache. Der will... Ah, nice. Der Winddrache. Mehr Laufspeed für uns. Was macht der Bergdrache nochmal? Der Bergdrache... Kein epischen Monstern-Türm. Ja, gut. Isog. Isog. Wieso soll... ...sie da weggehen? Versteh's nicht. Egal. Ähm... Wo hat's irgendwo hier? Ich hoffe nicht. Doch, hier ist ein Wort. Da ist ein Blitzcrank. Wir müssen den Tower gleich echt machen. Tower, 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 Leute. Tower. Immer schön auf den Tower. Okay, das hat jetzt weniger Damage gemacht, als ich irgendwie erwartet hab. Ich hab bei Deluxe grad mehr Damage erwartet. Hier ist ein Wort. Scheiße. Äh, ich geh base und gönn mir meinen Necronomicon-Mantel. Ich will dieses Wort kleeren. Danke. Zack. Botlane pushen. Okay, dann geh ich halt Botlane mit. Ich hab ja noch zwei Pods. Die kann ich ja mal reinhauen. Ich hab halt aber auch einfach mal so null Farm, ne? Fällt mir grad so auf. Und halt auch so null Damage. Ich mein, das kommt da auch noch zu. Malfall pushen Toplane. Okay, wir müssen die hier nur aufhalten. Also so hinhalten. Dann wird das schon. Dann hat der Malfall gleich auf jeden Fall den... Ein Tower auf Toplane. Ich hab schon wieder einen Ping. Ich hasse es. Tchoo. Wie lowlife war der Brent denn bitte? Wie lowlife sind... Wieso... Warte mal. Habe ich grad irgendwas verpasst? Warum ist unser Team so low? Okay. Nein. Ich geh da nicht mit diesem Ping rauf, ey. Ohne Scheiß. Bats! Ja man, ich hab nen Kill. Wooo! Ähm. Ich bin hier einfach die ganze Zeit full live. Okay, aber das war ein super Fight eigentlich. So an sich. Komm, den könnte ich eigentlich auch kriegen. Aber egal, ich mach den Tower. Ich mach den Tower, den Tower, den Tower. Das war voll okay für mich. Das ist so okay für mich. Das ist so okay für mich. Ich hab den Tower bekommen. Das heißt, die haben jetzt ein Open In-Ape. Und... Das ist gut. Das ist sehr gut für mich. Oder für uns. Für unser Team. Und ich will einfach mal, dass mein Ping das restliche Game über bitte konstant auf 42 bleibt. Das ist super. Das wär echt wunderbar voll. Äh... Dragon kommt erst in zwei Minuten wieder. Okay. Vor allem wir haben drei, ne? Wir haben drei Dragon bekommen, ja? Das ist schön. Ich brauch irgendwas, was noch Low Speed gibt. Ja, so ein Panzer wär schon schön, ne? Hol ich mir nämlich als nächstes nach dem Abusal Zepter. Ja, hol ich mir ein Panzer, genau. Und dann würde ich sagen... Was haben die denn alles? Die haben eigentlich nur Lux als AP, oder? Ja, gut, Blitzcrank, aber... Lucian ist auf K. Ja... Ich weiß noch nicht, was ich mir danach hole. Warum ist mein komplettes Team fast tot? Ah, okay. Oder auch nicht. Sie leben noch. Ich geh Botlane pushen. Der Vayne ist tot, schade. Ja, der Trunnel ist auch gleich tot vor dem Malfight. Das ist super. Dann können wir das Game schon fast enden. Auf jeden Fall können wir gut pushen. Sehr gut pushen sogar. Smack that. Nö, 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 nö. Smack that. Okay. Zack. Nice. Geh doch auf den Tower. Mach doch den Tower, Malfight. Das wär viel. Als ob dieser Jigrad meiner Ulti ausgewichen ist mit seiner verdammten Kuh und das nicht mal beabsichtigt. Lol. Okay. Kann es sein, dass ich gerade irgendwie zwischendurch mal so total ruhig bin? und einfach so total Brain-Avker. Alter, Vater. Das ist krass. Darauf erst mal ein paar Chips. Mh. Lecker. Wir müssen uns den Arndrachen holen. Ne, warte. Er kommt erst ab der 36 Minute, ne? Stimmt, jetzt kommt noch mal der Wasserdrache. Echt jetzt? Jetzt ist es noch mal der Wasserdrache. Oh, Mann. Oh, Mann. Ist ja eklig. Ich weiß nicht. Ich finde den Wasserdrachen irgendwie so total kacke. Nein, es ist der Waltendrache. Nein, es ist noch mehr Laufspeed für uns. Wie viel kriegen wir jetzt? Plus 30, Alter. Danach 45. Alter, Vater. Das ist super. Das ist super, dass wir so viel Laufspeed kriegen. Das ist unglaublich geil. Wieso ist hier ein Wort? Wieso hat sie mich nicht getroffen? Das wundert mich gerade viel mehr. Aber okay. Dann ist es halt so. Der erste spielt ja wirklich auf Tank, fällt mir gerade so auf. Der spielt ja gar nicht wirklich ad. Mann, kann man meinen Ping mal weggehen? Das nervt. Richtig. Okay, wir müssen den Tower machen. Äh, den Indip meine ich natürlich. Kommt schon. Du. Jiii. Kannst du jetzt mal herkommen? Doch, dann nicht. Spast. Spast. Das ist einfach uncool. Total uncool. Ich wollte diesen Gino haben. Na, ich stehe 4, 5, 11. Das ist, äh, okay. Dafür, dass ich echt kein guter Kragas bin. An sich. Bin ich zumindest der Meinung. Es gibt bessere Kragas. Ah. Gott, das sind... Ah. Das ist das einzige, was du in dem Jungle-Item haste. Du kannst an der Turret nicht irgendwie noch schnell den Turret angreifen, wenn noch Minions da sind. Wenn Gegner zwar da sind, aber... Ne. Weil halt das Jungle-Item Sunfire prockt. Geh weg. Oh, danke für das Retten, Trundle. Oh, la, 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 la. Hui. Da ist ein Red Buff. Ich will den Red Buff. Den will ich unbedingt haben. Ich meine, es ist ein gratis Red Buff. Wer sagt dazu denn nein? Huh. Ich habe überlebt und einen Kill bekommen. Das ist super. Das ist sogar sehr cool. Jetzt stehe ich wieder neutral. Habe ich mir gerade zweimal... Ja, ich habe mir gerade zweimal Götter des Ries gekauft. Nice. Wenn wir jetzt noch... Wenn wir gleich noch so einen Wolkendrachen bekommen, Alter. Das wäre so schön. Oh, das wäre so schön. Nochmal 15 Laufstreet mehr. Oh, Mann. Oder halt noch einen Höllendrachen. Ein Höllendrache wäre richtig cool. Ein Höllendrache wäre, glaube ich, jetzt das Beste noch, was uns passieren könnte. Ich glaube schon. Which Country? Oh mein Gott, Deutsche. Wartet. Wer sucht mich auf YouTube? YouTube. YouTube. Slash. True. Doki. Okay. Ich muss auch ein bisschen Eigenwerbung machen. Läuft. Gut. Wir müssen jetzt noch den Rest pushen. Den Tower könnten wir machen hier. Ihr kommt nicht weg. Nein. Nein. Danke. Und schnell den Tower machen. Der Brent kommt gegen den hier eigentlich... Ja, das kommt da. Easy. Easy. Hat er das gemacht. Läuft. Und press D. I have to dance. Okay. Dann mache ich den Tower halt nicht mehr. Den endet mal nicht. Hui. 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 Okay. GG. Nice, Leute. Das war es mit dieser League of Legends. Wir haben es ja relativ gut gerockt eigentlich, das Game. Also unser Team. Wir sehen uns... Ach nee, wartet. Wenn es euch gefallen hat und so, ne, gerne Abo da lassen und dieses Video bewerten und so. Und teilen könnt ihr es auch gerne mit euren Freunden auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, okay. Ja, auf Instagram bestimmt auch. Das kriegt ihr hin. Snapchat, was auch immer. Ihr schafft sowas. Ich glaube an euch. Nein. Ähm. Gut. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Euer Christian. peek.